Ato, wieder an der Kuh. Noch in den 3er, weiter. Oh, das ist trotzdem da. Wer ist das? Der Arm. Wer bist du? Zwei Aufduch. Zeigenbärm. Welche Farbe haben die? Ja. Geh, geh, geh. Welche Farbe haben die? Weiß. Zwei weiße Autos. Zwei weiße Autos. Wo ist denn dein Motor? Ja. Da ist dein Motor. Und was ist da? Opa. Da kommt er. Opa. Aufduch. 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 Ja. Ja, ja. Aufduch. 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 und hier ist es zu spät still in Indien klier, gib dein Herz am Schoß lass die rückvollen komm, lass mir los da halt du durch das Opera oder hier und hier hier auch den Hauszuschlüssel und die Leck da sind wir da mal drin hey, wo ist denn der Passatbrot? wie, was? traust du mich? nein, freut mich Franz, du bist g'mort ah, voll zu spät ja du bist bitte du bist bitte komm zum Essen Franz, komm zum Durst du mal das Essen, komm komm du mal das Essen das vorne ja ja das du mal das scheinen du 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 das ... ... ... ... ... ... Nein, nein ... ... ... ... Mama ... ... ... ... ... ... Wofür! Pianos aufbauen. 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 Die E. Ja, die E. Die Flatschreise der Floyd All mine Erbeenswurs Die dell'Eloi Die Flatschreise der Floyd Oh! Eww! Musik Vielen Dank. Die letzten zwei Teufel. Bisschen Quater? Nein, ich habe schon was. Ja, ich habe nichts. Der Fränk ist nicht hier. Was war? Mir war schon was. Also, ich bin nicht das ganze Haus. Nein. Nein. Der grünster Brot. Nichts. Wir lieben jeder, dass wir ein bisschen frisch essen. Ja, was nicht so. Nein, nein, das ist aber schon zu essen. Nur bleibt nichts. Das ist der Vorteil. Würst. Machst du nochmal die Würst fit? Schauen wir mal. Das hat er wieder etwas anderes gesichert. Das war ein großen Hund. Käsebärte, schau. Das darfst du nicht? Käse? Später. Kruste. Steck. Der Opa hat nämlich auch so was genaht. Danke, Frank. Schau, das haben wir halt nicht. Jetzt plötzlich machst du kein Ei. Machst du kein Ei? Ei. Eis. Eis ist überhaupt nicht mehr. Schaubleiben, Berndi. Jetzt können wir noch mehr. Irgendwer ist es anscheinend. Was meine jetzt? Er hat einmal mit einem kleinen Hund gespielt. Der Schitti. Der Schitti. David, wer ist denn der Schitti? Wo war denn der Schitti? Opa. Dein Opa. Was hast du denn da gemacht, mein Schitti? Opa. Der hat immer abgeschlägt. So, wie sehen Sie aus, als ob Sie Werbung machen für eine französische Käse? Opa. So, wie standen Sie sich vor? Ich heiße Joachim Alem. Ich komme aus Brunnenberg. Schau. Schauen. Sparen. Schauen Sie fahren? Ich weiß nicht ganz so schwer. Und ja, also wie suchen Sie Ihren Schauen stellen? Also heute nicht mehr. Ich habe es mal gelernt. Ich bin jetzt so ein questo Komponisten. Ich schaue mich, er ist schon auf der Kopf. Ich bin jetzt so ein Komponisten. Ja, das ist wahrscheinlich so, dass wir uns vorstellen, dass wir uns die Kante reingucken und die Kamera sind 25, wir haben doch recht gering. Ja, Sie haben den Beruf einmal Glück zu bringen. Ja, ich habe Sie meinen Hermann Hustau. Was? Hermann Hustau. Ja, genau. Und der zweite, der Kolomar. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe es ja schon. Ja, ja, ja. Bitte die Wand. Und heute machen wir auf Stendling, ich habe mir das Hedelasselite gelebt, von Regensburg, die Anna Barlimont. Ja. 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 Ja, ja, ja. Also, wenn ich fertig bin, bin ich immer gerne nach Spanien, aber mein Kind hat es schon mal in den Schulhof, aber ... Ja. Ja. Ich bin Ihr Frankreich. Na, gleiches Frankreich. Na? Ja. Ja, das wird schon am Reden. Na, bitte. Ja. Bin Ihrer Seite. Okay, Kandidat 1. Ich wohne bei einer äußerst strengen alten Hauswirtin. Sie wollen mich abends besuchen. Ab 19 Uhr ist ein Herrenbesuch aber nicht erlaubt. Wie schaffen Sie es aber trotzdem? Ich komme einmal die Woche und dann den Herbst anläuft, weil dann die Romy-Hilfe-Frage dran ist. Das ist aber gut. Das ist aber gut, ja. Und wie schaffen Sie als Kandidat 2? Tja.